Hallo und herzlich willkommen bei velitech.de. Wir testen heute für euch das Gigaset GS280. Wie wir sehen, ist das ein Smartphone made in Germany, das zweite von Gigaset nach dem Gigaset GS185, was wir hier schon getestet haben. Dieses Gerät hier ist in der unteren Mittelklasse angesiedelt, hat einen sehr großen Akku mit 5000 mAh, ein reines Android-Betriebssystem, Fingerabdruckscanner, Gesichtskennung, Dual-SIM und das Ganze kostet 249 Euro. Kommen wir zum Lieferumfang. Da haben wir zunächst einmal das Gigaset GS280 selbst, was wir uns gleich noch näher ansehen werden. Dann haben wir hier diese Stereo-Headsets mit Audio-Klinkenstecker. Die haben wir von der Qualität her eigentlich ganz gut gefallen, allerdings gibt es in dieser Preisklasse auch Besseres. Dann haben wir hier diesen Adapter für die heimische Steckdose und dazu passend dieses Daten- und Ladekabel mit USB-Typ-C-Anschluss. Wie wir sehen, wir haben hier beim Gigaset GS280 auch eine Schnellladetechnologie an Bord. Und natürlich zu guter Letzt haben wir hier noch Garantienweise und natürlich eine kurze Anleitung dabei. Wie gesagt, verfügt das Gigaset GS280 über einen relativ großen Akku. Deswegen haben wir auch natürlich ein etwas dickeres Gehäuse mit 9,2 Millimetern Bautiefe. Die Höhe beträgt 152,6 und die Breite 73,7 Millimeter. Das Gewicht liegt insgesamt bei 174 Gramm. Auch das ist noch in Ordnung. Und was mir auch gut gefallen hat, ist die solide Verarbeitung, gerade hier auch des Gehäuses, das weitgehend aus Aluminium besteht. Kleine Stürze kann das Gigaset GS280 locker wegstecken. Indes ist dieses Gerät leider nicht staub- oder wassergeschützt. Kommen wir zum Display. Wir haben hier in der Diagonalen 5,7 Zoll, wie wir sehen allerdings auch einen recht breiten Displayrahmen. Das ist halt mittlerweile bei anderen Herstellern etwas anders. Wir haben aber eine recht anständige Auflösung hier von 2160 mal 1080 Pixeln, also quasi Full HD+. Die Pixeldichte liegt auch bei annehmbaren 424 ppi. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass wir bei direktem Sonnenlicht dieses Display ruhig gut ablesen können beim Gigaset GS280. Da machen andere Displays auf jeden Fall eine schlechtere Figur. Außerdem haben wir hier auch einen Helligkeitssensor an Bord, der relativ fix funktioniert, wenn ich das hier mal zeigen kann, und sich schön einstellt. Auch das hilft natürlich, um Strom zu sparen. Wie wir hier sehen, läuft das Gigaset GS280 auf Android 8.1, also Oreo. Das ist eine etwas veraltete Version. Aktuell wäre ja Android 9 angesagt. Ich habe auch beim Hersteller nachgefragt, wie es mit Updates aussieht. Da sagte man mir, dass nach derzeitigem Stand keine weiten Updates vorgesehen sind. Das ist natürlich etwas schade. Ansonsten haben wir neben dem reinen Android-Betriebssystem hier auch noch ein paar Gigaset-Apps vorinstalliert. Das eine wäre die Gigaset Entdecken-App, wo wir hier noch eine Übersicht haben über zusätzliche Produkte von Gigaset, die wir hier auch bestellen können, wenn wir das möchten. Außerdem haben wir hier die Hilfe-App, die euch weiterhilft, wenn etwas mit dem Gerät nicht funktioniert. Ansonsten natürlich die bekannten Muster auch von anderen Android-Betriebssystemen, wie hier dieses Dropdown-Menü oder natürlich auch unten dieser Shortcut zu allen installierten Apps. Alles wie gehabt und sehr einfach und flüssig zu bedienen. Auf der Rückseite des Gigaset GS280 haben wir diesen Fingerabdruckscanner. Dieser funktioniert auch ganz gut, wenn ich das mal zeigen darf. Wie wir sehen, wird das Display relativ schnell entriegelt. Eine weitere Alternative zum Entriegeln ist die Gesichtserkennung, die über die Frontkamera hier am oberen Ende des Displays läuft. Wir versuchen das mal, schauen mal auf das Display, gucken drauf und wie wir sehen, ging das doch recht flott zu entriegeln. Das absolute Highlight des Gigaset GS280 ist natürlich der Akku. Dieser ist fest verbaut im Aluminium-Gehäuse. Dieses Smartphone hat eine Kapazität von 5000 mAh, also so viel wie beim Gigaset GS270, dem Vorgängermodell. Damit schaffen wir laut Hersteller bis zu 550 Stunden im Standby und bis zu 20 Stunden Sprechzeit. Alles natürlich im 3G-Modus. Ich habe beobachtet, dass man rund 48 Stunden in der Praxis mit dem Gigaset GS280 arbeiten kann. Und das ist natürlich etwas, was viele andere Smartphones überhaupt nicht schaffen. Kommen wir zum Prozessor. Das ist leider einer der Schwachpunkte bei diesem Gerät. Das ist ein Qualcomm Snapdragon 430 mit 8 Kernen, aber einer Taktung von nur 1,4 GHz. Das ist natürlich relativ wenig. Auch 3 GB RAM ist zwar anständig, aber die Leistung reicht einfach nicht aus. Wir haben zum Beispiel hier im Antutu Benchmarktest in der Version 7 noch nicht mal 60.000 Punkte geschafft. Das ist wirklich nicht sonderlich viel. Auch in den anderen Benchmarktests hat das Gigaset GS280 eher bescheiden abgeschlossen. Aber ihr könnt euch das alles gerne nochmal im ausführlichen Testbericht auf value-tech.de näher ansehen. Mittels dieser mitgelieferten Spange können wir den Slot öffnen, in dem die Karten liegen. Wir schauen hier mal kurz rein. Wir haben hier beim Gigaset GS280 diesen Multikarten-Slot. Wie wir schon gerade gesehen haben, können wir hier zwei Nano-SIM-Karten links einlegen. Rechts können wir eine MicroSD, MicroSD-HC oder MicroSD-XC einlegen mit einer Kapazität von 256 GB maximal. Also plus den zwei SIM-Karten. Und das ist natürlich schön, dass wir so viel Flexibilität haben. Der interne Speicher bei dem Gigaset GS280 beträgt 32 GB. Auch das ist für diese Klasse völlig normal. Die meisten Smartphones dieser Preisklasse haben ja schon eine Dual-Kamera an Bord. Beim Gigaset GS280 ist das anders. Da haben wir nur eine einfache Hauptkamera mit einer maximalen Auflösung von 16 Megapixel und einer f2.0 Blende. Videos können maximal in Full-HD-Qualität gedreht werden. Außerdem haben wir noch Autofokus. Wie wir hier sehen, natürlich auch ein LED-Blitzlicht an Bord und HDR, was manuell zugeschaltet werden kann. Dann haben wir hier noch die zweite Kamera auf der Vorderseite des Gigaset GS280. Diese löst immerhin mit 13 Megapixeln auf und wird unterstützt von einem Display-Fotolicht. Kommen wir noch mal zum Punkt Sound. Wir haben hier zwei Lautsprecher integriert. Der eine Lautsprecher befindet sich hier oberhalb des Displays. Der andere Lautsprecher befindet sich hier auf der Unterseite des Gigaset GS280. Darüber hinaus haben wir auch noch eine Audio-Klinkenbuchse, wo wir die mitgelieferten Headsets anschließen können oder halt auch andere konventionelle Headsets. Die Soundqualität hat mir im Durchschnitt recht gut gefallen, vor allem die der Lautsprecher, die doch schön kräftig und klar sind. Wir können hier mit beiden SIM-Karten via LTE im Internet surfen. Allerdings ist die maximale Download-Geschwindigkeit nur bei 150 und die maximale Upload-Geschwindigkeit nur bei 50 Megabit pro Sekunde. Wir haben natürlich dann auch ein paar Tests durchgeführt im Vodafone-Netz hier in Düsseldorf, das ja recht gut ausgebaut ist. Wir sind jetzt hier, wie wir sehen, Indoor auch schon mal nicht so wahnsinnig schnell unterwegs. In der Praxis haben wir dann auch relativ bescheidene Ergebnisse erzielt. Wir hatten zum Beispiel maximal 47 Megabit pro Sekunde im Download und im Upload waren es maximal 39. Was allerdings noch zu erwähnen ist, ist, dass wir hier eine WLAN-Schnittstelle an Bord haben. Das ist eine WLAN-AC-Schnittstelle, also die derzeit schnellste Kategorie und das ist natürlich wiederum ein Pluspunkt des Gigaset GS280. Was ebenfalls ein Pluspunkt ist beim Gigaset GS280, ist, dass wir nicht nur LTE auf beiden Karten nutzen können, sondern dass wir hier eine wirklich gute Sprachen-Empfangsqualität haben. Wir haben hier auch Voice-Over-LTE an Bord und Hardi-Voice. Das hat jetzt nicht unbedingt jedes Smartphone dieser Preisklasse. Und Sprachqualität ist natürlich genauso wie lange Akkulaufzeit auf jeden Fall etwas wert. Kommen wir zum Fazit. Das absolute Highlight beim Gigaset GS280 ist natürlich der Akku. Dieser hat eine Kapazität von 5000 mAh. Das haben nicht viele andere Geräte, zum Beispiel wäre da zu nennen, dass Motorola Moto V7 Power, was wir vor kurzem auch getestet haben. Dieses Gerät kostet allerdings nur 209,99 Euro, ist also rund 40 Euro günstiger. Da merkt man halt doch, dass das Gigaset GS280 in Deutschland gefertigt wurde. Andererseits muss ich sagen, finde ich das auch einen Pluspunkt, dass ein Hersteller hierzulande wieder mal Smartphones fertig. Nach dem Gigaset GS280 ist es ja schon das zweite Gerät. Wir haben ja auch beim Gigaset GS280 eine wirklich gute Sprachqualität. HD-Voice, Voice over LTE. Auch der Klang sowohl der Audiobuchse als auch der integrierten Lautsprecher hat mir bei diesem Gerät recht gut gefallen. Dann haben wir hier noch den Fingerabdruckscanner, der gut funktioniert. Eine Gesichtserkennung, Dual-SIM, parallel dazu auch eine Speicherkarte einlegbar. Das ist alles wirklich in Ordnung. Als einziger Schwachpunkt zu nennen wäre wirklich der Prozessor, die hat eine Taktung von gerade mal von 1,4 Gigahertz. Und das ist natürlich viel zu wenig, um mit der Konkurrenz in dieser Preisklasse mitzuhalten. Und das ist natürlich viel zu wenig, um mitzuhalten.